hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play sims 3 hier auf phillips gaming so ich drücke erstmal auf play oder moment nee warte mal wir gucken erstmal was wir das letzte mal gemacht haben da wächst zeug durch den baum okay also uwe muss hier amateur olympiade was ist eine amateur olympiade besuchen wir das ding das passt dann kann es eigentlich immer besuchen phillips zu hier was macht er mit dem man chatten kannst du hier besuchen mit philip und dann der vater nicht hin so die baum oder heimel noch ein bisschen ich bin immer noch zu schwarz ziehst du dich da vielleicht mal um oder gehst du jetzt so hin der so die haben sich doch beim letzten mal geduscht duschen ich dachte die hätten sich beim letzten mal geduscht frühstück essen waffeln der stadt ist konnte hat alles nichts auch vor einer amateur oder wieder teilzunehmen nehmen davor den bedingungen wirkt in der stadt dieser geldpreis ok ja kannst du mitmachen film schnall verlässt die gruppe und löst sich auf irgendwo hin zu gehen um die ok wir nehmen beide daran teil wir schauen mal kurz vorbei sei bestimmt im stadt denn drinnen ja wo ist denn hier für ein party guck mal haben wir ein paar junge frauen wunsch ganze familie wunsch zu der ist wieder sauber ach das ist ja schön uwe muss nach river mcarrish zum essen einladen das hatte ich glaube bis sonntag genau und das andere das hatte nämlich keine dinge das ist gut ja die muss man nämlich die keks ohne backen das will ich heute noch schaffen die zwei sachen oder diese woche oh gelben saphir habe ich einstecken könnte man schleifen lassen könnte man schleifen lassen was ist das ach dass doch die mir da der uwe bissl antänzeln sollte die schläft ja immer noch hier die gehe daheim geheimnisvoller herzwerk was war denn das hier ach kann ich größer ziehen äh wo geht er dafür jetzt hin zu briefkosten tatsächlich du hast alles gewonnen was es zu gewinnen gab und dich darfst jetzt ohne biogniten da war cash bonus belohnt wir haben zweimal tausend bekommen das ist schön ein geheimnisvoller zwerg den nennen wir jetzt mal ne das ist eure frau wie soll man den geheimnisvollen zwerg nennen schreibt es mal in die kommentare so daniel könnte eigentlich mal ins bett gehen schlafen dieses ding hier war ruhe super die zwei kommen schon nach hause besser geht's doch ne zu was ein stuhl kaufen ne keiner will stuhl kaufen brunch essen herbst so laut und was machst du äh fähigkeiten was braucht denn noch geschicklichkeit kannst du doch noch ein buch lesen oder sowas genau dann lesen wir dekoriert sims mögen hübsch eingerichtete häuser warte 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 alle gut also ist auch nur noch so dreck du willst ja dann dich duschen gehen und dann schleifen lassen schauen wir uns doch mal zu was sie träumen mh ne maus mh essen arbeit näher drin von arbeit mh ich würde so gerne befördert werden mh 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 ... uh... mh 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 Der sieht aus. Der sieht aus. Halt! Halt! Uwe. Äh. Romantisch? Spezial? Ne. Freundlich. Benutzen? Ich möchte mal mit dir reden. Ganz kurz. Hast du einen Moment für mich? Danke. Also. Äh. Sterne. Sternstüpfen. Oh. Charisma. Das ist schön. Der fünfter Charisma. Ah. Selbstgespräche führen. Ja, das können wir denn erfüllen. Oh. Oh. Kuse. To Weasel Dorp. Su. Kusele? Sipanor? Mhm. Dembo Blib? Hallo? Daniel, hast du irgendwelche Probleme manchmal? mal bitten sich zu benehmen okay daniel also also problemfälle müssen entfernt werden du selbst unhöflicher gast daniel du ich musste jetzt irgendwo anders hinstecken war das würde einfach ruhe gibst immer das schwimmbad besuchen hallo witzigen hände erinnert rotzlöffel dann gehst du jetzt mal weg hier romanz hat begonnen du jetzt gehst du auch in das scheiß schwimmbad allen ist es egal langsam eingelassen würden sie jetzt mal bitte alle wer ist scheißegal ist er scheißegal hier jetzt läuft's ich glaube daniel gefällt das nicht so oder daniel flutter mit mit dem ufer da haben wir ein bindeln ich wollte noch was gucken du du freundlich Betrug gestehen. Warum nicht? Vielleicht geht's so rum. So rum geht's. So, was haben wir denn jetzt hier bei Freundschaften? Romantisches Interesse, Freundin. Da müssen wir bei der Nicole vorbeifahren und uns verabschieden, ne? Oh, Latone. Hm. Schön. Da fällt mir gerade ein. Philipp, es ist Zeit, jetzt ins Bett zu gehen. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber... Philipp ist ein Nachtmännchen. Huch. Was ist mit dem los? Da ist er so müde. Ach, das ist gut. Der Uwe ist duscht das Super gelaufen. Wandel! 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 Hauご Eco!